Halt auf damit, Nasuke so fies anzuschauen! Na, Koma? Was finden die an den Typen? Nasuke hier, Nasuke da! Was ist denn bloß so toll an ihnen? Nein, die sind doch hier, was hier ist! Ich bin doch nicht mehr aufgeregt, nein! Wow, hier ist ja was los! Entschuldigung, macht weiter! Was machen die? Ich hab keine Ahnung. Und dabei wollte ich, dass mein Suge mich zuerst küsst. Dafür wird Naruto's kaufen! Dafür sollte man zahlen, da kommt für ich schüttel. Ich hab keine Ahnung. Heißt du, Naruto's? Jetzt hast du ein Problem. Hey, wo ist das für ein Versehen, Mädchen? Hier auch! Oh Mann, hey!